Malerei ist eine meiner grössten Leidenschaften, zumal sie grenzenlos ist und an der Kante Wolle bin ich eigentlich das erste Mal in das Gebiet richtig eingetaucht. An der Physik gefällt mir, dass man natürliche Vorgänge mit Gesetze beschreiben kann und dass man diese dann in einer universellen Sprache zusammenfassen kann. Zum Beispiel kann man aus grosser Distanz unbekannte Planeten, die noch kein Mensch je getreten hat, erforschen. Als Matura-Arbeit mache ich einen Animationsfilm mit der Stop-Motion-Technik. Und für das habe ich das erste Mal Kulissen gebaut und Poppen animieren. Und so gibt es dann für 1 Sekunden Film so 10-20 Bilder. Das Kante-Leben hat auch viel mit den Kollegen zu tun, mit denen ich meine Zeit verbringe. Zum Beispiel all die guten Diskussionen vom Pausenplatz oder schöne Erlebnisse von Kasselagen. Ich hoffe auch, dass ich nach der Kante noch mit guten Kollegen in Kontakt bleiben werde. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken, Möge das Wasser tosen. Und schäumen! Und schäumen! ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bin Tina Seidler und gehe in die vierte Klasse mit Immersion Englisch und ich habe das Schwerpunktfach Vatiphysik gewählt. Ich bin Pascal Bernhard, gehe in die vierte Klasse und habe das Schwerpunktfach Bildnerisgestalten gewählt. Untertitelung des ZDF, 2020